Und weh, jetzt unterbricht wieder jemand. Ruhe jetzt. Wir müssen jetzt auf, wir müssen unsere Hymne, wir müssen eigentlich alle aufstehen. Du stolperst in 3, 2, 1. Aber du könntest Glück haben, du könntest Glück haben. Oh mein Gott, oh mein Gott. Du hattest kein Glück. Wieso, wieso gibt denn der nicht um? Und jetzt liegt er auf dem Kopf. Das war ein bisschen doll. Das wird fast. Habt ihr das gesehen? Wie das, wie das, Alter, war das knapp. So, wir bleiben hier kurz stehen, Leute. Wir müssen hier kurz stehen bleiben, aus dem ganz einfachen Grund. Das hier eventuell... Es kostet zu viel, Leute. Es kostet garantiert zu viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das könnte so günstig sein. Ja! Ja! Die Perspektive ist wenig schmeichelhaft. So gefühlte 130 Kilo. Seit wann interessiert irgendjemanden Oberflächlichkeiten? Hör mal. Wir gehen jetzt an der Nordsee entlang, am Strand von St. Peter Orden. Wuschel, jetzt guck mal. Das soll ich dir ab... Das soll ich von Wuschel geben? Ich halte euch dann einfach mal raus. So. Hier ist die Kamera, hier ist das Mikrofon. Das ist der nette Herr, der mich eben mal mitnimmt. Perfekt. Ich setze mich da einfach mal hier rein. So, mal gucken. Oha. Ich halte einfach oben drüber. Du musst die Tür zu oder kann die offen bleiben? Okay, dann machen wir das so. Ich krieg nichts mehr rein. Ichточи wenn die Aufskull ¿nientes? Ja, auf geht's. Das ist der kritische Icharzykale, du kannst welche hin. Wir sehen uns ja nur mitmант positivo. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das kommt so aus dem Norden, aus Schleswig-Holstein. Das ist hier schon ein bisschen hügeliger. Das macht so ein bisschen mehr Auspassung. Ja, jetzt gerade habe ich gedacht, oh, oh. Ja, das glaube ich. Wie oft passiert es, dass ich so einen Stecker noch mal ein bisschen... Das ist ein super Beumene. Ja, das glaube ich schon. Das ist ein sehr teures Pass. Ja, das glaube ich. Aber man weiß ja wahrscheinlich schon, wie man fahren muss. Also in welchem Winkel und so, ne? So, das war's, ja? Tausend Dank. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist ja sensationell. Leute, ne? Schreibt mal ein schönes Dankeschön hier. Jetzt möchte ich aber auch ein bisschen was sehen. Mal gucken, ob sie jetzt reagieren, die Leute. Es sind gerade so... Ich weiß, wie viele es sind. 150 bis 200 oder so. Ja, okay. Dankeschön. Ja, da sind sie alle. Super. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dankeschön. Viel Spaß, dass die schmecken. Danke. Ciao. Das war doch mal was, Leute. Das war doch mal was. Irgendwie konnte man die anzünden. Das habe ich gelesen. Aber wie? Oh, linke Maustaste. Alter, das passt sogar, wie du tanzt. Das passt echt. Alter, das passt echt. Es ist so schön. Von der Seite. Oh, so. Ja. Ja, genau so. Ich gehe dann mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.